Kibi, machst du? Machst du aus dem Ding, wenn du an dem Loch bist? Oh, oh shit! Bist du schon an dem Loch? Ich bin am Fenster hier. Vermeidloch. Ja, gib ihn! Gib ihn! Ja, genau! Ich hab auf die Damage gemacht! Ich hab auf die Damage gemacht, warum stirbt er mich? Da war alles voller Blut. Er hat noch die Hälfte vom Leben. Stirbt er nicht, ja. Bitte, was soll ich machen? Gib ihn. Gib ihn mal einfach. Zwei Leute da hinten, ja? Wo ist der Jäger? Beide? Schießen mit Ash einfach auf sein Schild. Sein Schild steht noch, aber er weiß nicht, wo das herkam. Wie? Na ja, er weiß nicht. Er liegt da. Aber wo ist der Zweite? Oder du gehst da an die Tür und gibst ihn dann von rechts. Pass auf. Nicht die Tür, ich mein die andere. Gegenüber vom Badezimmer meine ich. Er ist aufgestorben. Er liegt. Er liegt. Er ist wieder hoch. Er läuft, er läuft. Er ist wieder hoch. Er läuft, er läuft. Oh shit, verletzt. Oh shit. Komm. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja. Ja. Voll schwer im Lauf zu zählen, ja? Ja, das ist richtig schwer. Arbeit passiert. Und ACOG auch noch. Ja man, ich hab keinen einzigen Krieger mehr. Ich hab nur dreifach gestorben. Ja. Ja.